Willkommen zurück bei Atlas Thrawn und wir gehen tatsächlich erst mal hierhin gucken uns an ob wir da irgendwie kämpfen können oder nicht kämpfen können oder die Nebenquests machen können oder oder und wir brauchen ja noch ein bisschen stuff das hat weh getan gut so in 100 metern soll irgendwas sein das ist hier oben und da oben kommen wir glaube ich gar nicht hin war da nicht was habe ich das nicht schon mal versuch ich meine hier kamen wir nicht hin wenn ich mich recht erinnere ich wollte hier schon mal hin und es hat nicht funktioniert ja ich bin mir darüber recht sicher okay dann leider doch nicht dann gehen wir halt in die richtung da ist noch eine statue die wir kaputt machen können immerhin etwas scheiße ich will da nicht runter wir rauf nicht runter sehe ich ja schon mal irgendwas blinken und leuchten jetzt können wir uns erst kurz hier rum perfekt jetzt noch ja ich weiß noch nicht ganz wie komme ich am einfachsten da hoch gar nicht scheiße das ding kann ich auch immer noch nicht öffnen auch ist das ärgerlich alles so hätte ich das hier gerne einmal weil ich glaube ich will hierhin oder ja ich habe schon kommt lande einfach dankeschön so hier irgendwo müsste eigentlich eine quest sein jäger oder gejagter der gauntlet ist nicht stark genug du brauchst mehr stücke das muss das lager sein jetzt müssen wir den verlorenen jäger finden vielleicht in den kisten war in dem in in den kisten in dem kissen was ja hier anscheinend nicht hallo ich höre ihn aber ich habe keine ahnung wo also ja man konnte ihn gerade kurz hören die dunkelheit die dunkelheit kommt das war zu weit oder ist er hier unten drin oder was wir müssen jetzt sehr nahe sein der jüngste jäger ist sicher hier entlang gekommen wir müssen sehr nahe sein ach so das suchgebiet hat sich jetzt auch verändert oder was achtung da kommt irgendetwas oh shit oh shit that's bad that's really bad oh shit oh shit das ist wahrscheinlich mein tod ich weiß gerade tatsächlich gar nicht mehr so schlecht aus also oh shit oh shit ich haz mir das ist nicht gut das war die gegner endgültig 4.000 richtig wenn du einen aktiven stein verwendest feuerst du mit einer mäßigen wahrscheinlichkeit an der reifen punkten ok nice ja habe ich ja habe ich ja gut gemeistert hier tatsächlich kann ich jetzt noch mal kurz mit der leichte da irgendwie hantieren das muss jungspund sein wir müssen der jägerin bescheid sagen keiner sollte so herum du kümmerst dich sogar um die tod war es das hier scheinbar dann warte mal kann ich hier aus noch umgehen also kann ich das möchte kurz ich würde ich würde gerne kurz einmal was ausprobieren und zwar kann ich hier rechts kann sie okay irgendwer will was von mir ich habe gerade nicht von dir einfach weg wo bin ich da wenn ich kann ich hier müsste ich da hoch kann ich nicht ist egal okay ich müsste irgendwie über mich kommen kann ich kann ich von da nach oben ich hätte auch gerne mal ein ambos und so ich finde die sind ein bisschen rar gesät aber ist okay ich will mich auch nicht beschweren ein weiterer ambos ist in der nähe spürst du das ja nicht ist ja nicht so als hätte ich genau gerade danach gefragt das sieht wie ein altes lager aus jäger der ausrüstung nach zu urteilen ich spüre eine große gefahr in diesem gebiet es wird von phantomen heim gesucht was zweifellos der grund dafür ist dass dieses verlassene lager naja verlassen ist rüstungsverwässerung und ich kann sie sogar tatsächlich auf das maximum bringen naja so level 8 freut mich ach so jetzt habe ich wieder ähm naja das ist nett machen wir von mir aus hier gibt es nichts mehr okay perfekt okay also ich kann auch durch das zoom sehe ich welche stufen das alles hier hat komme ich denn hier rauf weil wenn ich darauf komme dann kann ich sogar zu dem wo komme ich komm ich nicht komm ich nicht lass mich raten gibt wieder eine unsichtbare wand hier ja ich sehe schon ich 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 spüre schon die ja ja das eine unsichtbare wand ist das nervig darf ich was ist hier ich höre doch hier irgendwas das ding im boden es könnte uns helfen zum wachttur zu gelangen es sieht nicht so aus als ob ich es aus dem boden ziehen könnte noch nicht noch nicht noch nicht ist das noch nicht es gibt ein fehlendes teil das wir dafür brauchen das ist also kann ich gibt es noch irgendwie dinge für mich einzusammeln nicht nicht dass sie mir auf der karte angezeigt werden richtig weil aktuell ist mir das irgendwie mir fehlt halt die ganze zeit irgendwie irgendwas um jetzt mein Handschuh nochmal komplett abzugraden aber ja ähm wo muss ich denn hin das ist anscheinend so die frage wo ich gerade hin muss was ist da hier muss ich hin hallo aha nein tu es nicht komm her oh shit das ist das ist das ist doch du kannst ja du kannst dir nicht hallo du kannst ja du kannst ja da das ist glaube ich den kleinen, nerfigen Dreck, den ich habe. So, sogar mit Finisher. So, jetzt will ich hier mein Ding haben. Bingo. Das ist nämlich genau das, was ich aktuell brauche. Zwei von drei. Ich weiß nur nicht, wo der dritte ist. Aber es wird mir auch nicht angezeigt, ne? Ich habe keine Ahnung, wo der dritte ist. Ich hätte ihn halt gerne. Dann kriege ich mich eventuell die letzte Fähigkeit, dass ich endlich die ganze Scheiße hochheben kann. Arif, wie sieht es aus? Mich raten, eigentlich müsste hier noch irgendwo ein Amboss sein. Vielleicht da unten, oder? Spürst du ein Amboss? Das ist kein Amboss. Scheiße. Ich will doch noch ein Amboss. Geld. Eine goldene Brief an die Mutter. Mora! Sollte ich nicht zurückkommen, befürchte bitte das Schlimmste. Vermutlich haben mich die Priester im Gefängnis im Norden gebracht. Alles Liebe. Okay. Na ja, eigentlich ist es jetzt wieder der Moment gekommen. Dankeschön. Oh, Splinter. Ich kenne dich doch. Ja, ne, da will ich gerade nicht hin. Hier, weiß ich nicht, ob ich hier hin will. Nö. Weil eigentlich suche ich gerade... Ich suche halt gerade den Amboss. Ähm. Ich habe gerade nur noch nicht... Ich weiß nur noch nicht genau wo. Ähm. Wenn es Splinter... Da ist er, muss. Ereignis fehlgeschlagen. Ach, wirklich? Die Menschen hier haben ein noch elenderes Leben als die Namenlosen in der Stadt. Wenigstens haben sie ihr Schicksal selbst in der Hand. Außerhalb der Stadt. Das gönne ich Ihnen. Das ist schön, dass du denen das günst... Äh... Schön feuchern. So. Dann... Sprechen wir mal an Splinter. Splinter? Was machst du denn hier draußen? Ich erschaffe etwas. Was glaubst du, was ich hier mache? Ich hatte diese Idee, verstehst du? Ich habe von etwas gehört, dass die Essenz in dieser Mine korrumpiert. Schade, dass der verdammte Wachtturm den Ort beschützt. Aber... Du kannst doch etwas dagegen tun, oder? Wie ich dich kenne, bist du wahrscheinlich hier, um ihn zu zerstören. Hier, das wollte ich dir geben. Das ist ein Essenzstein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was er bewirkt. Ich erinnere mich noch gut an das... Ich möchte das nicht nochmal erleben. Da hast du wahrscheinlich recht. Todesmarker. Versehe dein Ziel zehn Sekunden lang mit einer Markierung. Du wendest eine große Menge des von ihr verursachten Schadens auf das markierte Ziel an. Okay. So, was ist denn der Vorarbeit? Ich dachte, Arif wäre hier. Was fühlt dich an einen so trostlosen Ort wie... Kieswerke hat mich geschickt. Er sagte, ich könnte hier etwas finden. In der Mine, ja. Aber der Wachtturm über uns macht es unmöglich, doch... Eine andere Gruppe ist gerade auf dem Weg dorthin. Angeführt von einer Frau, die... Finderin? Sie kam vor ein paar Tagen an. Sie sind vor ein paar Stunden aufgebrochen. Dann gab es eine Explosion. Ich bin mir nicht sicher, ob der alte Weg nach oben noch intakt ist. Gibt es einen anderen Weg nach oben? An der Straße nach Litesta gibt es ein Lager von Jägern. Vielleicht kann er dir helfen. Finde ein... Was zum... Ein Lager von Jägern. Toll. Ich muss also jetzt... Ich verstehe es nicht. Kann ich Leitern klettern? Wahrscheinlich nicht. Ah, ich... Ich... Ich soll jetzt... Da hoch zum Wachtturm. Mir wird aber nicht gesagt, wie. Sehe ich das richtig? Es gab ein Holzpfad, der dorthin führte. Jetzt nicht mehr. Wir müssen unseren eigenen Weg zum Wachtturm... Oh ja, und den habe ich gerade gefunden. Hahaha. Oh ja, und den habe ich gerade gefunden. Es sei denn, es ist tatsächlich gerade ein unsichtbarer Bauer gewesen. Aber das werden wir jetzt gleich herausfinden. Was soll das? Warum moppst du mich jetzt spielen? Komm schon. Ich habe es doch gerade fast geschafft gehabt. Weil, wenn ich... Hier... Zwischenlande. Fuck. Ah. Ärgerlich. Ja, es gibt wahrscheinlich noch einen richtigeren Weg. Ist ja richtig. Ist ja wahr. Ist ja okay. Mann. Das Ding im Boden. Es könnte uns helfen zum Wacht... Vielleicht können wir Finderin... Und die... Es sieht nicht so aus, als... Noch. Ah. Ich... Ich... Ich bin sehr verwirrt. Ähm... Ich verstehe gerade nicht. Ich bin gerade sehr verwirrt. Es gab gerade so ein Update, so ein... Aber im Endeffekt... Ich muss halt eigentlich... Das dritte Ding finden... Damit ich meinen Gauntet verbessern kann. Aber... Ich habe ja keine Ahnung wo. Also... Ich habe ja keine Ahnung wo. Frag nach dem Jäger, der sich in der Gegend gut auskennt. Jetzt muss ich ernsthaft... Zurück. Okay. Falsche Richtung. Scheiße. Ja, okay. Also anscheinend... Soll ich jetzt mit diesem einen Typen reden? In dem Lager, wo wir eigentlich auch schon waren. Wohlgemerkt. Aber was tue ich nicht alles? Zündlich ist das Leiden relativ schnell. Also die Welt ist nicht so groß, wie man... Ähm... Ja... Sie ist nicht so riesig. Man kann eigentlich noch alles relativ gut erreichen. Ich bin auf der Suche nach einem Jäger. Wir rannten um unser Leben. Jungspund. Vergib uns. Da war auch ein riesiges Phantom. Ich danke dir. Ich... Nimm das. Ich habe Jungspund begraben. Es droht keine Gefahr dabei, sein Grab zu besuchen. Ich bin sicher, er wäre dir dankbar. Äh... Okay. Oh. Jetzt habe ich die eine Gefäße abgeschlossen. Jetzt soll ich mit dem seltsamen Jäger sprechen. Der da ist. Ich kriege zu viel. Äh... Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Aber da komme ich doch gar nicht hin. Oder komme ich da jetzt hin? Aua. So, jetzt soll ich höher. Das ist so geil. Ein Amboss. Da können wir uns ausruhen und stärker werden. Naja. Von dieser Seite können wir nicht zum Wachtturm gelangen. Es muss einen Weg auf der anderen Seite geben. Ach, ist das so. Oh, mein Fressen. Komm schon. So, dankeschön. Ähm. Aber ja. Von dieser Seite hier gibt es keinen Weg. Toll. Das sagt er mir jetzt so. Und das ist genau das Problem. Weil. Von der anderen Seite. Gibt es auch keinen Weg. Das heißt, ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, mich da hochzubacken. Weil es ist hier nicht. Es gibt keinen Weg. Es muss einen Weg von der anderen Seite geben. Das ist so geil. Ach, natürlich. Sei gegrüßt. Ich muss den Wachtturm oben auf der Klippe erreichen. Ich habe auf dich gewartet. Warte, was? Wie kannst du... Ich bin ein Freund. Der will, dass Telos verschwindet. Welche Meisterin? Ich werde mehr brauchen als das. Ich spüre nichts Verdächtiges. Mach dir keine Sorgen. Du wirst meine Meisterin noch früh genug kennenlernen. Das ist es. Dieses Stück ist der letzte Teil der Aufdeckungskraft. Mit ihm kannst du Strukturen aus der alten Vergangenheit ausgraben und enthüllen. Und mit diesen können wir den Wachtturm sicher erreichen. Wir brauchen nur mehr Splitter, damit es klappt. Nee, brauche ich nicht. Ich bin fertig. Nee, zwei von drei? Wieso zwei von drei? Hä? Ich hatte eben schon... Hä? Are you serious? Aber ich habe doch... I am so confused right now. Ich habe doch gerade eben... Was ist das hier? Da ist etwas in der Nähe. Wir sollten im Sand suchen. Das ist nicht das, was wir brauchen. Wir haben alle Splitter gefunden, die wir brauchen, um den Gauntlet neu zu schmieden. Hä? Hä? Wo kommt der... Okay. Okay. I take it. I guess. Keine Ahnung, wo das Ding jetzt auf einmal herkam, aber I take it. I just take it. Weird. Ich würde gerne kurz einmal den Amboss haben wollen. Um den Gauntlet zu enthüllen. Und jetzt kann ich wohl irgendwas Tolles. Nehme ich an. Kann ich jetzt auch diese roten, weiß ich nicht, Kisten und die roten Dinger. Kann ich das jetzt auch? Weiß man nicht. Ja, egal. Wir speichern jetzt hier. Und dann wünsche ich viel Spaß mit den Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Hedi.